so moinsen ich habe hier die diana lp 8 magnum liegen und beim langzeittest von dieser waffe ist mir aufgefallen dass die sich diese schulterstütze etwas löst weiß nicht ob man es in der kamera sieht aber da lösen sich immer wieder die schrauben ich habe sie schon zweimal fest gedreht aber die lösen sich beim schießen doch immer wieder das kamera naja und da wollte ich jetzt mal eben schnell gucken was für ein imbusschlüssel das ist und immer ein bisschen schraubensicherung rein machen es hört einfach das video auf ich weiß nicht ob ihr das noch gesehen habt ich habe hier was drauf gemacht an schraubensicherung und hätte denn einfach auf zu zu filmen dieses verdammte kack und dann schauen wir da wieder rein und dann wollen wir mal hoffen dass das hält ich weiß jetzt nicht was das drauf ist offen auf der ersten video spur das nervt mich jetzt ein bisschen dass der einfach aufhört zu filmen so schön fest drehen nach komm hier raus und dann darf es gut sein wo war die noch ich guck mal eben ob er noch filmt wahnsinn gucken ob er jetzt durch filmt naja was habe ich erzählt falls es nicht drauf ist die habe keine lust also wenn man das wäre jetzt das dritte mal dass ich die schrauben festziehe und irgendwann ist das gewinde ja wenn man sie zu oft fest zieht da hat man das gewinde ja aus einmal entweder eine schraube oder in der fassung nicht wo die schraube drin sitzt und deswegen da ich die schulterstütze eh nie abbaue klebe ich die schrauben jetzt mit schraubensicherung fest jetzt filmt er noch so und wieder rein und dann hoffe ich hat sich das erledigt dass die immer wieder los gehen noch fest kommt ab einmal noch auf anderer seite hier machen wir noch mal dasselbe schrauben raus und schrauben wieder rein tja jetzt weiß ich nicht ob das in der ersten video spur mit drauf ist was ich erzählt hatte mit der stöger da habe ich ja auch ein video gemacht dass da der stift immer raus gewandert ist so fest kommt ab und das hält ja auch immer noch hiermit das ist bis jetzt noch nicht wieder los gegangen so die letzte und dann lassen wir das trocknen ich gucke jetzt immer zum handy aber jetzt filmt er schon komisch dass er das abgebrochen hat und wieder rein ansonsten sind überhaupt keine probleme mit der diana bis jetzt aufgetreten irgendwie zu meiner lieblings pistole mit geworden auch hier immer noch fest kommt ab so ist auch schon gewesen sein in diesem kurzen video lassen wir das trocknen und dann werden wir mal sehen ob es hält in diesem sinne reingehauen und steif gehalten und dann sieht es euch bis bald bis bald bis bald